Radio SAW Eine kleine Schnellfragerunde, die so deinen Charakter ein bisschen rauskitzelt. Eher abenteuerlich oder vorsichtig? Abenteuerlich. Warum? Ja, ich bin einer, der gerne so ein bisschen auf dem schmalen Grat wandert. Und das bedeutet bei dieser Frage Elektro- oder Holzkohlegrill, klar, ne? Holzkohle. Ja, das Feuer muss ich dir machen. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher, seitdem ich Vater bin. Und die Mucke? Pop oder Rock? Eher rockig. Hm, wie könntest du pausenlos Geld ausgeben? Uiuiuiui, shoppen, heißen. Für dein Kind eventuell auch irgendwie so ein paar Sachen kaufen? Möglicherweise hört es nicht gerne, aber eher für die Frau. Aber du kaufst auch das Richtige dabei, ne? Ich hoff's, ja. Dass du viel richtig gemacht hast beim Fußball, das haben wir gemerkt in der letzten Saison. Ist das eigentlich so ein bisschen Bürde oder ist das Ansporn, so ein Platz 4, wenn man den mitnimmt in die neue Runde? Für mich nur Ansporn. Die Erwartungshaltung von mir selbst, an mich selbst, an meine Jungs, an meinen Vereinen ist extrem hoch und deswegen eher Ansporn. HFC-Coach Thorsten Ziegner, wir kriegen noch mehr raus. Und jetzt kriegen wir Super-Hitsers. Oh, hier ist er, hm? John Mendes und in mein Blatt. Schönen guten Morgen mit Radio SAW. Wie Mucke Vogel. Radio USAV Rajiu SAV . Untertitelung des ZDF, 2020